gegengebounced das ging ja so was gefühlt ich muss damit irgendwas machen ja falsche hier hallo also nein auch verdammt aha ich habe nicht gedrückt gerade was zum teufel nein wie sie da nicht an komischerweise aber muss jetzt hier durchkommen stimmt ja warum bin ich jetzt hier oben sagt man sich ist ja wenig weiter abgesehen davon aber vielleicht wenn man dadurch werfen passiert irgendwas nee war das war falsch die weiter boller aber auch mal passiert nichts weiter okay da weiß ich auch nicht was es soll keine ahnung das ist auch noch was hier eine feuerstelle tut mir weh die feuerstelle kann sie nicht anvisieren es ist mir ein rätsel hier ist merkwürdig so wechselst du ein weniger merkwürdigen reiter vielleicht okay jetzt wird es wieder kriminell hier da es hat gerade so glaube ich das haben wollte sagt okay zeit läuft nur wofür drehen da oben ran bringt mir nur verderben toll das war es nicht damit stimmt das davor und wo ich gerade sehe dass das bikes rauskommen werden naja nein also easy in der zeit geschafft auf jeden fall das war jetzt nicht das problem nein das war nichts mal zurück bitte ich muss feiern sammeln was zu schaffen könnte nochmal irgendwann mal passieren wenn es weitergeht und einen krieg thronenschlüssel also als die rei optional nichts was ich jetzt gebraucht hätte um weiter zu kommen da macht ja nichts ich muss ja gerne mit alles das ist ja auch sache mann darüber springe ich wollte ich noch versuchen wie ich hatte kurz bin ich hier drauf oder und da war ich schon aha das habe ich schon hier war es dann zorn teile da muss irgendwas machen aber ich weiß nicht was ich da machen soll ach guck einer an muss auch dafür halt das habe ich in der zeit hinterher muss so großzügig weiter das zeitfenster was jetzt niemals bis dahinten dran oder was aha das wird aber jetzt extrem präzises timing erfordern oh komm schon hop hop das wird nie hallo ja das meine ich schon da geht es schon wieder das war es dann wahrscheinlich in der stelle naja mal auch vorbei auch wenn es geschafft hat egal das wäre nichts geworden keine chance absolut nicht bin immer noch nicht ach das noch ein schalter okay äh ja geilo geilo mat ouch du weißt du hier links ist der schalter kann man natürlich nicht so gut sehen mit der kamera die man hier so hat ab hop 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 so das ist ja geschafft hallo leute ich bin für krieg ich bekriege euch jetzt das stimmt was das jetzt hier für ein ding mal kein druck schalter sieht aber auch nicht viel zum draufhauen aus aber ich werde es machen weil keine bessere idee sonst das war nicht aufgeladen glaube ich doch damit geht es okay jetzt bin ich wieder hier wieder in der hauptkammer das ist ein irrgarten und war kein spaß eigentlich macht kein spaß genau vermisst nämlich oh nö da hast du eine art von irrgarten ach das war da das war ja super krasse oberkill angriff klar ich vergaß ich war ein paar spikes legen gerade aus mir jetzt voll versammelt was falsch gemacht aber okay ich kann ja beim überwiesen mega angriff kalt machen geht alles hallo ich nicht der fest weil ich hab's ja warum nicht das war es trotzdem wieder voll bei mir das gibt es ja gar nicht dass mich in ruhe mann und da jetzt so ich muss ich wohl öffnest du dich ist aber nett von dir hallo ich bin strife ich freue mich euch kennen zu lernen ich war gelogen stimmt gar nicht war schon wieder enttäuschend ich komme ich erst durch indem ich nähe da komme ich schon so ich wahrscheinlich aber aber auch wenn ich so viel zu blitter weg leute so wir bestimmt keine freude sage ich euch also ich muss zum aufmachen für nach hinten gehen ja damit kämen wir zurück das heißt doch aber ich musste uns im gegner töten und ich musste hier durch um bonus zu sammeln andere muss ich machen um zum hauptboss und allgemein zu kommen okay versucht doch versucht doch ich bin viel zu stark für euch und zu schlau zu stellen und überhaupt nicht so wie so na toll das falsche tor da wollte ich das gar nicht durchgehen etwas zum hängen fest wieder was gibt es doch nicht ganz klein ecken überall nervig was schon mal noch so ich nehme mich aber durch muss moment komme ich da ins andere tatsache ups bringt es nicht sag mal du schummler du meiner lauf oh man das fängt ja an das blöde Ecke das ist doch unglaublich mir ist da bitte ich hab's geahnt da hat das time wieder nicht mehr gereicht verdammt das ist ja doof gemacht ich meine es ist natürlich absolut so aber sowas mag ich ja nicht sehr gerne so gemeintiming sachen hier mit einer Ecke feste aber am ende das voll doof kommt macht muss ich wieder raus schnell vielleicht wäre auch sowas gekommen wie ich gerade mit dem natürlich wie ich eben auch raus bin aber ob das gebracht hätte weiß ich nicht hier komme ich jetzt zurück was von wert für mich ja nur die tour die ich gerade so kann ich sehen kann nach da drüben müssen wir sie gleich schön komm komm schon na hab das tot zugehören moment warte stück wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich dieses machen geht das nämlich auch dann mache ich diesen da da muss ich nur durchkommen komm schon nein nicht festhängen oh nein doch ja geschafft verarscht spiel aber nicht du mich sondern ich dich jibijay aber ich dachte ich komme zur Truhe daran die ist zu einem verborgenen wie komme ich daran wenn ich nicht über diesen weg ich sehe keinen weg dadurch vor allem dass der schalter jetzt hier ist für das hier ich mich auch weil ich müsste ja irgendwie auch hier ein schalter haben da war ja gar nichts gewesen weiter hm das heißt aber auch es war gerade nicht optional das muss man tatsächlich schaffen um weiterzukommen das ist ganz schön fies finde weil es richtig so einfach egal gehen wir erst mal weiter BÄM mit dem Fall und Zeh auf den Bomben das Ding auch immer ganz schön viele mal wieder nehmt das sterbt ok das war leicht darauf Tatsache öffne dich für mich Todeshauch halte rechte Maustaste um Gegner mit einem Doppelschlag mit Todeshauch zu markieren beim Tod explodieren sie was nahen Gegnern schadet und Todeshauch überträgt passiv jeder Chaosversangriff hat die Chance Schaden zu verfügen und Todeshauch zu wirken ach geil erhöht dauerhaft die Angriffskraft das ist typischer ok geil cool ist aber glaube ich auch angelehnt an einen Skill den ähm der gute Krieg im Teil 1 ganz normal gelernt hat das hat also wie ist das solche oder so war ja ein ganz normaler Skill aber das ist ja geil das kommt ganz gut rein die Gruppenregner natürlich auch wieder irgendwann bin ich jetzt überhaupt schon wieder also mich hier lang oder was jetzt irgendwie jetzt da lang komm und das war ja ein Skill irgendwie solche hieß das Ding jetzt komme ich auch zu übertragen auf Gegner hab ich nie benutzt weil irgendwie was halt ich so mein Spielstil aber ist im Prinzip das gleiche und da auch natürlich man darauf hinaus möchte aus vielen anderen Spielen wo sowas auch in der Art und Weise gemacht wird ist jetzt nichts was neu erfunden wurde für das Spiel jetzt grad diese Art und Weise so ein Skill auszuführen aber auf jeden Fall hier hat es theoretisch eine relativ direkte Referenz zu Daxa das 1 oder sowas hilft auch konnte was er gleich weißer artig ist hallo ihr Aua ich fliege gerade was und hatte ich hatte ich ach verdammt ich war die Etage zu hoch gerade für die einfach drüber geschossen dann meckert aber schon das Spiel auch ein bisschen auf Konsole ausgelegt ist zumindest künftig und auf Konsole entscheiden soll dass die Maus halt nicht auf die Höhe dabei irgendwie berücksichtigt und man gerade steht sondern eben bloß auf gerade Linie schießt und es missfasst gibt es ja im Moment aber schon bis nach oben geschossen mit der Maus aber hier halt nicht im Moment bedauerlicherweise komme ich hier hin in dem Wasserfall soll ein Versteckse an mir irgendwo sagen lassen aber bestimmt nicht hier was siehst du aus es ging jetzt so lang aber bei dem vielleicht ich probiere es da auch nochmal auch jeder stelle ich sofort und da auf keinen Fall hier ist auch nichts mehr zu sehen daher der Tod ist alles ne das kann ich hier der Tod der Jungs braucht dringend neue Sprüche ja zumal tut er aber ohne Seite ist noch nicht auf deiner Seite Lufes Protokoll jetzt mal Lufes Protokoll